Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Heart. Wir werden uns jetzt ums nächste Monster kümmern. Den Waschbären oder was das ist. Den wir, glaube ich, schon mal gesehen haben, so nebenbei. In der letzten Folge. Das habe ich jetzt gebaut. Wir sollten natürlich, glaube ich, mehr Kügelchen haben. Zum Heilen. Also die maximale Anzahl ist erhöht. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wo der... Den meine ich... Donner-Marder. Das ist unser nächstes Ziel. Den jagen wir jetzt. Und dann schauen wir mal. Und vielen Dank nochmal Leute. Für alles. Also für die Abonnenten. Und dass ihr immer wieder da seid. Und mal reinschaut. Mittlerweile wiederkehrende Zuschauer. 1700. Zu diesen Stand. Das wird momentan immer mehr. Also. Ich bin irgendwie ein bisschen hin- und hergerissen. Weil es gerade, wenn mir so viele Leute zuschauen, immer ein bisschen... Ich will irgendwie performen, aber... Ich will ja auch das Spiel richtig kennenlernen, hier auch. Aber so ist es halt. Man muss irgendwo performen, wie ist der eigentlich jetzt... Ich will ja auch das Spiel... Ich will ja auch das Spiel. 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 Okay. Okay. Und weil ihr so viel... Schaut... Mach ich... Weil... Ihr so viel schaut... Mach ich so viel Content momentan. So. Komm, Waschbär. Lass uns kämpfen. Wow, das war Ah, das war doof Und ich hab nicht mehr Kugelchen, was ist denn das? Loll, bin ich da jetzt schnell drauf gegangen Ach Ich seh's gerade Ah, das war Ah, okay, das war was anderes Ich nehm das alles mal wieder Okay Ich brauch halt Eine gewisse Heilung Hm Hier kann ich nichts mehr machen, oder? Nein Das hab ich auch gelernt Das hab ich euch gar nicht gezeigt Damit kommt man eigentlich nur hoch Also Das ist jetzt nichts großartiges Gut, dann essen wir jetzt Mal Den holen wir uns jetzt Hier schön durchfliegen Haben wir jetzt genug Heilung Hab ich da nicht geschaut Danke Egal Alter Das hält ihn ab Okay Okay Das hab ich nicht kommen sehen Okay Momentan läuft's nicht So, ein bisschen runter So Ja Das verstehe ich manchmal nicht Das klettern ist total Ich kletter vorwärts Ich kletter aber im gleichen Moment Rückwärts Das ist nicht nur noch Aber Ich kenne mich nicht Ich kenne mich nicht Aber Ich kenne mich nicht und Ich kenne mich nicht Und Ich hab geblockt. Was geht? Ich hab geblockt. Ich hab geblockt. Der Kleine ist anstrengend. Ich geh hier lang. Ich brauch nämlich Heilung. Vielleicht zusammen unterwegs noch ein bisschen was. Das ist das Murder Chicken. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Man hat ja nur eine begrenzte Menge, was sie hier nehmen können, glaube ich, vorwunder. Ich hab ihn. Das mache ich besser nicht jetzt. Das mache ich besser. Okay. Ich habe geblockt. Okay, das war... Mist. Das hat mich mitgerissen. Okay. Okay. Wir haben den jetzt so richtig Schaden gemacht. Uiuiui. Und mein Block wird auch wieder besser. Okay. 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 So. Nein. Jetzt. Genau jetzt. Komm, 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 komm. Okay. 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 Na, Kleiner? Danke. Okay. 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 Ich habe geblockt. Ich habe geblockt. Kleiner. Ich habe geblockt. Das war zu früh. Ich habe geblockt. Okay. 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 Ich seh' dich nicht. Das Ding ist, ich brauch' Leben. Ich hab' nichts mehr. Bekomm' ich da für ein bisschen was? Ja. Ich hab' nichts mehr. Okay, gib mir das, bitte. Ach. Kleiner Freund. Oh, jetzt hab' ich das Ding freigeschalten. Uiuiui. War'n harter Kampf. Aber man merkt, ich werd' besser. Ja. Richtig besser werd' ich. Ey, das Game macht so Bock, weil's so Monster Hunt mäßig... Könnt' ich euch gar nicht vorstellen. Hier ist doch auch noch irgendwie so'n Roboter, oder? Ha. Ja. Ich hatte Angst, das würde ewig dauern. Mit den Monstern. Aber, das funktioniert. Das geht eigentlich ganz easy. Äh, weil wir das Monster jetzt wieder so erstaunlich schnell besiegt haben. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Können wir was neu schmieden? Ah, ja. Wind. Wir können da auf Wind gehen. Fähigkeiten. Ja. Okay. Mir wird das Symbol da drüben. Äh, das da genau. Das mit die 5%. Ist das das Blocken? Das Abwehren? Wenn das 5% länger hält. Ja. Ja. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Dann... Bin ich ja fast unbesiegbar. Haha. Das wäre ja schon krass. Da fehlen mir noch... Teile. Aber das Schönchen wird nicht windanfällig sein. Aber wie bist du, verliert das dann auf einmal die 5%? Okay. Gut. Äh... Können... Da müssen wir die Ratte noch besiegen. Könnten wir machen. Sprechen wir noch mit ihnen ganz kurz? Ach... Erinnert mich daran, nie wieder Boot zu fahren. Nie... wieder. Okay. Ich erinnere dich dran. Nie wieder Boot zu fahren. Haha. Gut. Ah ja, wir haben ja jetzt was Neues bekommen. Ach, hier könnt ihr... Das zeige ich euch auch noch. Die Reichweite könnten wir erhöhen. Was haben wir jetzt freigeschalten? Die Kanone. Ich weiß, dass die einen wegschleudert. Ähm... Was haben wir hier noch? Drachenschlundkosten. Ja, komm. Wieso nicht? Dann bauen wir das mal einfach hier kurz alles hin? Äh... Hier. Schön ins Wasser. Eine Kanone. Äh... Haben wir so eine Laterne schon? Ach, ist das die Laterne? Ach, ist das die Laterne? Dass man mehr... Heilung mit hat? Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge von... Freund Hart. Freund Hart. Gut. Dann danke Leute fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Folgen sind momentan kurz, weil ich immer gewinne. Weil ich immer besser werde. Also werdet mit mir besser. Dann werdet ihr auch besser, ja. Ihr redet nur dumm her... Ja. Lasst ein Like und ein Abo. Ciao. Hab euch lieb. Nichts von Ihnen. Das klingt jetzt ab. Auf Wiedersehen.